Wenn der Aufstieg auf die Schanze seinen Rücken schmerzen lässt oder wenn er seinen Pinkelbecher füllt beim Dopingtest ob am Morgen, wenn er joggt oder am Abend in der Bar oft verfinstert sich der Blick von Katsuki Nishishita und er denkt ans viele Geld, an die Nation und an den Ruhm doch in echt, da wird Katsuki lieber ganz was anderes tun denn es ist jeden Tag dasselbe, es ist dasselbe jeden Tag Stiegen rauf und Schanze runter, Absprung, Faust, Stil, Telemark Siegesfeiern ohne Ende, tausend Groupies pro Saison aber jeden Tag dasselbe, wird auf Dauer monoton Nishishita findet immer wen, der ihn nach Hause fährt auch zu exklusiven Clubs wird ihm der Zutritt nie verwehrt er hat kein Problem mit Drogen, jeder lädt ihn gerne ein und weil Ruhm und Reichtum sexy machen, schläft er nie allein doch trotz all der Privilegien, die ein Spitzensportler hat hat Katsuki Nishishita diesen Affenzirkus satt denn es ist jeden Tag dasselbe, es ist dasselbe jeden Tag Stiegen rauf und Schanze runter, Absprung, Faust, Stil, Telemark Siegesfeiern ohne Ende, tausend Groupies pro Saison Entschuldigung Aber jeden Tag dasselbe, wird auf Dauer monoton Danke Vielen Dank Und entschuldigen Sie bitte unsere vielen stilistischen, formellen und sonstigen Fehler Ja, aber dieses Lied war in sich logisch Ja, in sich ist unser Auftritt auch logisch, oder? Es ist immer gut eine Verteidigungsstrategie aufzubauen Also in sich ist das vollkommen logisch, Sie können sagen was Sie wollen und wenn Sie können, Sie können, Sie können, Sie können Sie können, Sie können, Sie können, Sie können des Dauer, nach Dingen und zum nächsten Mal Also in sich ist das vollkommen Aufereinander bei der Verteidigung Vielen Dank.